Zweiundzwanzig, jupp. Jetzt hab ich die Fackel in der Hand hoch. Ach, verdammt. Wo mag ich jetzt die Tür hin? Hier mach ich die Tür hin. Das wird ja wieder wunderschön. Jawoll! So Hühner hast du gesagt, brauch ich. Wieso umzingelst du da eigentlich meinen See mit dem Bambus? Kann man jetzt wächst? Achso. Leuchtet ein. Hier sind Schweine schon mal. Ich brauch aber Hühner. Hühner sind Richtung Matos, glaub ich. Hier sind zwei. Direkt bei mir vom Haus. Zwei. Ja. Ich sag doch, ich sag doch. Oh, wie soll ich die denn... Halt die Fresse, Esel. Ne? Wie soll ich die denn von hier bis zu mir kriegen? Oh. Bock, 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 bock. Wo ist das andere hin? Das andere ist, äh, hier. Kannste wieder so Millimeter-Schritte machen. Kommst du mit? Ja, du kommst. Komm, bock, 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 bock. Boah, bock, bock, bock. Boah, bock, 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 bock. So, fällt mir da nicht ins Wasser. Bitte. Oh. Solange dieses Knacken hinter mir ist, sind die Hühner da. Bock, bock, bock! Kommt! Ja, meine kleinen Zwillinge! Hm, wie benutzt man so nen Name-Tag? Versuchst du grad ein Pferd zu fangen? Nee, nee. Ah, ich glaub ich weiß wie. Wer will einer Kuh einen Namen geben? Wer da? Ich wollte es eigentlich Döner bauen nennen, damit es Karte rum ist. Ach so. Ich brauch dafür aber ein anderes, das ist wahrscheinlich. Okay. Meine Hühnchen sind noch da, das finde ich ja wunderschön. Hühner sind eigentlich total unnütz, weißt du das? Einfach nur von Fleisch und sonst Federn. Ja, aber sonst weiß ich nicht. Ja, Federn sind... Kommt! Jaaaa, scheiße, ich brauch den Zaun. Das ist mal zu. Fertig. Ah, Tiere fangen leicht gemacht. Ei, mein Landgerechter. So, jetzt kommen noch Schweine. Oh. Dafür bräuchten wir Karotten. Ja, ich hab da Karotten. Also man muss hier ein bisschen Erde auffüllen. So, ich glaube, die lass ich hier in dem Wald wohnen, das ist nämlich Wildschweine. Naja, die wohnen hier zum Teil auch schon auf Bäumen. Baumschweine? Ja. Ah! Sag mal, mich düngt es, als wäre es dunkel. Aber... Fast jedenfalls. So, bin's zu Hause. Ich auch. Ui, Bett. Ah, das Bett ruft. Ja, wunderschön. Hoffentlich haben wir nicht wieder zu lange gewartet, dass hier wieder irgendwelches Kryptzeug rumrennt. Nö. Geht ja. Alter. Da gab ein Porsche vorbeigefahren, oder was? So, hoch. Verdammt. Mir fehlt schon wieder etwas Zaun. Huiiii. So, ich würd sagen bis halb. Ich weiß nicht, wir haben, glaub ich, um halb ungefähr angefangen, ne? Kommen sollen. Ich glaub, nun wartet schon bald wieder die andere Aufnahme-Session auf mich. So. Hm. Ich frag mal nachher, äh, ich frag erstmal dich, hättest du Lust mitzubauen? Wobei? Bei unserem Projekt, was wir da machen. Das werd ich natürlich jetzt hier nicht in der Aufnahme verraten. Haha. Also, ich werd, ich weiß nicht, ob er, ob er das will, macht, tut, aber, äh, vielleicht... Also, muss man so prinzipiell... Prinzipiell hab ich Lust, ja. Okay. Dann werd ich mal fragen, was er dazu sagt. So. So. Äh, jetzt brauch ich auf jeden Fall Tür... Türchen. Türchen, Türchen. Türchen, Türchen. Hallo. So. So. Da, denn das... Zwei, wunderschön. Zack. Ich denke, dieses Texturen-Pack, das geht schon. Hast... Hab ich das schon mal gefragt? Weiß ich das? Ich weiß es nicht. Hast du ein Texturen-Pack drauf? Ja, ne? Du hast eins, ne? Texturen-Pack. Oh mein Schatz. Juhu. Zack. 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 Ich brauche unbedingt Erde. Ach, wie gut, dass ich noch welche habe. Mein Gott. So. Da kommen die Schweine rein. Möhrchen sammeln. Und dann muss ich Fackeln bauen. Und ich sollte mir jetzt mal was in den Kopf stecken. So, das haben wir. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel ich schon gegessen habe. Ach, ja. Ach, ne. Möhrchen habe ich nicht. Ich habe Kartoffeln. Ha, 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 ha. Ich habe mir selbst ein Schnippchen geschlagen. Tja, ha, ha. Scheiße. Bis wir hier Möhren kriegen, das kann ja was werden. Ich muss noch erstmal gucken, dass ich in den nächsten paar Tagen noch ein bisschen Hearthstone spiele. Ja. Weil am Samstag ist da ein Back-Turnier und da habe ich mich jetzt angemeldet. Okay. Ich finde in der ersten Runde rausfliegen, da müsste ich schon ein bisschen spielen, damit ich noch ein paar Packs kaufen kann. Das stimmt. Voll Geld dafür habe ich gar keins. Na, Hauptsache das ist dann auch fair, ne? Ich weiß nicht mal mit welchen Klassen ich insgesamt spielen will. Hm. Nein, meine Schaufel. Was feststeht, ich spiele mit einem Jäger. Aber man braucht drei Klassen. Ach, okay. Ja, Jäger ist gar nicht mal so schlecht, habe ich festgestellt. Hm. 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 Ich hab grad ein paar. Was hast du? Ein paar Schweine gekillt. War das so? Ein paar Schweine gekillt. War das so? War das Schweine gekillt? Ja. Fleisch. Also weißt du wirklich eh. Warum sind doch noch genug da? Ja. Fleisch. Also weißt du wirklich eh. Schweine. Schweine sind hier wirklich ein paar genug. Ey, irgendwo hatte ich noch Kohle. Ach da. Kohle. Was von den Nahrungsmitteln bringt eigentlich am meisten? Ich glaub Fleisch, ne? Was ich am meisten hab? Ne, was von den Nahrungsmitteln am meisten Leben bringt. Ich hab dich außerdem runtergeregelt. Ach so. Dann wundert er sich, warum er mich nicht mehr versteht. Also was hast du nochmal gesagt? Äh, was von den Nahrungsmitteln am meisten Leben bringt. Ach so. Am meisten Leben? Mhm. Am meisten bringen, äh, danach Fleisch, Rindfleisch und Kürbiskuchen. Und was am meisten bringt, hab ich nicht verstanden. Am meisten bringen Gold eine Äpfel, danach Rindfleisch und Kürbiskuchen. Ach so, okay. Irgendwie hängt der Ton bei dir so ein bisschen wieder mal. Ja, irgendwie will das gerade... Ich versteh mal irgendwie so ein Wirrwarr aus Buchstaben manchmal. Hä? Keine Ahnung. Will irgendwie nicht. Naja. Jawohl! Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich? Das weiß ich nicht. Lass mal in den Keller gehen. Und ein bisschen Korblé abbauen. Das wäre doch mal eine Idee. Huch. Flipp, flüpp! Ach, die Monster sind ja in der Schlucht bestimmt auch noch Monster und ich renne hier einfach so rum, wa? Oh mein Gott. Kann sein. Scheiße, ey. Ich hab mich eben schon wegen einer scheiß Ledermose erschrocken. Oh! So. Dann machen wir jetzt mal die ähre und apar Pakistan an. Christine Pleaseke. Vielen Dank.